Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Bevor wir die Runde beenden, mache ich noch eine Bewegung hier mit Quintara, denn ich hätte sie ganz gerne in Karak Azul, zumindest für den Moment. Warum? Ist eigentlich recht einfach. Ich möchte hier zwei Repetiersperrschleudern von ihr zu Ehermitir bringen. Und ja, er rekrutiert hier noch zwei Runden und ein paar Schwestern. Dementsprechend ist es das leichteste, wenn sie nachher hier rausläuft und er das abholt und dann kann sich Quintara auf den Weg machen. Zum Schwarzfels natürlich. Gut, ich glaube, das war dann auch schon unsere Runde. Das hier ist ein Hinterhalt. Das könnte klappen. Ich sehe gerade, dass es nicht sonderlich clever war, jetzt erst die Sperrschleuder zu rekrutieren, wenn ich sie sowieso in deinem Jahr haben will. Vorher hatten wir eine Mission dafür. Ähm, ja. Das kann nicht klappen. Pech gehabt. Irgendwann hatte ich mal gesagt, mach zuerst die Siedlung hier drüben und dann die Krummzahnpeste, sonst eroberst du das, laufst du weg und... Ja. Bisschen blöd. Hinterhalt verhindert, das gefällt mir gar nicht. Und jetzt haben wir auch noch Rekrutenknappheit, das heißt, die sind auch noch ein Viertel teurer, ich kenne dich. Jetzt können wir mal, denke ich, hier gegen die blauen Vipern kämpfen. Das ist die Hauptdarmie. Und ich möchte es eigentlich vermeiden, zu viele Verluste zu haben mit Imrek. Okay, dementsprechend werde ich die Schlacht spielen. Außerdem können wir mit den Monddrachen... Wir können unseren Freund den Frosthauch mal ausprobieren in der Schlacht. Ich weiß ja nicht, ob ich die Schlacht zeige, es kommt darauf an, wie spannend die ist. Es ist eine offene Feldschlacht gegen eine Menge Wildorcs, die zwar physische Resistenz haben, aber ohne Rüstung total anfällig sind gegen unsere Schwestern, dementsprechend. Mal gucken, wie interessant die Schlacht wird. Los geht's. Gut, da sind wir in der Schlacht von Valayas Light. Die ist für mich jetzt schon ein bisschen her. Aufstellung, klar. Schachbrettmuster. Die Artillerie steht jetzt mal nicht dahinter, das ist dem Gelände geschuldet. Allgemein ist unsere Aufstellungszone eher schlecht für Fernkämpfer. Wären wir Nahkämpfer, könnten wir uns quasi alle hier hinter die Hügel stellen. Der Gegner würde uns gar nicht erst sehen. Und wenn die über die Hügel kommen, sind die schon im Nahkampf. Aber so läuft es hier halt nicht. Sinn und Zweck der Sache, die linke Flanke will ich ein bisschen schützen. Da sind eine ganze Menge Wildorg-Morschatz unterwegs. Und je weniger davon ankommen, desto besser. Das Zentrum, im Notfall wird Imrik ein bisschen eingreifen. Aber ihr seht schon, die Schwestern haben eine Menge Spaß und die Wildorgs eher nicht. Dann haben wir natürlich die Seegarde, die noch ein bisschen mitschießt. Imriks Fähigkeiten ziehen los. Die Fernkämpfer werden direkt von Drachen angegriffen. Da lasse ich nicht viel anbrennen. Außer vielleicht ein paar Orkse. Wobei, hier ist Shackaloft unterwegs. Der brennt nichts an. Und das ist unser Frosthau. Der lässt auch nicht viel anbrennen. Im Gegenteil. Er ist eigentlich der größte Feuerlöscher, den wir haben. Was die nicht wissen, bei einem Drachen sind beide Enten gefährlich. Die Kavallerie, um die hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Weil die kann uns leicht in die Flanke fallen. Aber da die zurückkommen hier, sieht es im Zentrum natürlich viel besser aus für uns. Imrik zieht die Aufmerksamkeit der Truppen auf sich. Auch den Ork-Warg-Boss. Und ja, ihr seht schon, die Schwestern, die Seegarde, die helfen da alle fleißig mit. Das heißt, das Zentrum wird locker von Imrik gehalten. Und hier drüben sind auch zwei Drachen mit beschäftigt. Ist ein bisschen intensiv, was das Micromanagement angeht. So viele Monster über die ganze Karte verteilt zu koordinieren. Aber im Großen und Ganzen, es reicht, wenn man denen Befehl gibt, greift das im Nahkampf an. Die KI stürzt sich auf den Nahkampf und dann wird ihn einfach reingeschossen. Und ihr seht, die Orks sind moralisch jetzt nicht so die stärksten. Die werden sich wieder sammeln, das ist ganz klar. Aber das ist jetzt nichts so wahnsinnig Gefährliches. Die sammeln sich hier hinten. Okay, dann kriegen andere in der Zwischenzeit Beschuss ab. Dann fangen die an, wegzulaufen. Und die, die sich frisch gesammelt haben, kommen dann wieder in den Beschuss. Alles, was wir machen müssen, ist den Hügel halten und die Flanken sichern. Und Flankensicherung machen die Drachen eigentlich ganz anständig. Und alles, was sich dem Hügel nähert, wird einfach durch magische, brennende Pfeile zerrissen. Oder durch Drachen. Wahlweise. Ja, die Kavallerie hat mich wirklich viel bewegt. Die hat es nur geschafft, dass der Trupp aus dem Nahkampf rauskommt und hat sich dann selbst zurückgezogen. Das war ein relativ geschicktes Manöver. Und so hängt der Frosthauch jetzt leider hier. Und das ist, wie gesagt, etwas microintensiv. Aber die Flankengeschichten sind inzwischen uninteressant. Wenn der Rest wegrennt, rennen die auch weg. So, Schlacht geschafft. War auch angemessen erfolgreich. Ihr seht, ja, einiges ausgelöscht und wirklich viel ausgeschaltet haben, die auch nicht wirklich. Lief gar nicht so schlecht. Aber, wenn alles klappt, habt ihr die Schlacht sowieso gesehen. War ganz lustig, finde ich. Das werden wir auf jeden Fall machen. Einfach damit unsere Truppen möglichst wieder voll sind. Weil da ist Leid, hat rote, ähm, rotes Klima. Da kommen wir sehr, sehr schlecht nur wieder an Truppen. Und da hat sich die Schlacht für uns so richtig gelohnt. Außerdem wurde die Armee zerstört. Keine Armee mehr übrig. Läuft. Rüstung der Sterne. Ziel ist versteckt. Effektiv beim Flankieren. Schleicher unerfallsam. Okay. Warum nicht? Ich meine, da fällt mir sicherlich noch ein Grund ein, aber... Bevor wir uns um Imrik kümmern, würde ich sagen, schauen wir mal nach ein paar anderen Kleinigkeiten. Wir könnten uns auf den Weg hierher machen. Dann kriegen wir die Bitterspitze kaputt. Wir werden aber Tringor Rakatz verlieren. Tolle Namen. Ähm, er hat das hier rekrutiert. Dann... Ich würde sagen, wir rekrutieren noch eine. Dann sieht das auch ganz gut aus. Insgesamt... Insgesamt sieht es nicht so gut aus, wie ich es gerne hätte. Warum? Du bist ein Dödel. Okay. Wir sind fast am Limit, was... Freundlichkeiten angeht. Beziehung. Steigert sich noch um drei. Das ist mir ein bisschen wenig. Ich denke, wir intrigieren mal wieder ein bisschen am Hofe. Und tun Karl Franz den einen oder anderen Gefallen. Einfach in der Hoffnung, dass wir dann besser miteinander auskommen. Sollte klappen. So, und Dianne ist relativ schwach. Aber ich glaube nicht, dass eine Garnison das schafft. Also die Garnison am Buckelberg schafft es. Wegen den Mauern. Die haben keine Fernkämpfer. Wir sollten welche haben. Ja. Ein paar Segerdisten. Das geht... Das geht klar. Aber... Bei der schwarzen Eisenmine sehe ich... Naja. Schwarz. Verdammt. Die Speerträger haben keine Chance im Nahkampf. Und das ist ein bisschen wenig Fernkampf. Ah. Wir könnten natürlich Quintara wieder zurückholen. Das sollte helfen. Er hat noch eine Runde. Dann kann sie zurückkommen. Ja, das könnte ausgehen. Läuft. Dann behalten wir wenigstens die schwarze Eisenmine. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit Karak-8-Gipfel um? Eine 15er Garnison und eine 16er Armee. Das ist ziemlich fies. Mit Imrik aber machbar, würde ich sagen. Wobei ich mich besser fühlen würde, wenn unser Drachenmagier wieder dabei wäre. Ich habe noch keine Meldung erhalten, dass die wieder verfügbar sind. Ja. Noch nichts. Aber ich glaube, ich wollte hier auch noch neue Truppen rekrutieren für seine Armee. Allerdings habe ich mir überlegt, wir brauchen bei Imrik Leander zum Beispiel nicht mehr. Leander war dazu da, um unsere Fernkämpfer vor feindlichen Truppen zu schützen. Deshalb hat er sich vor die Armee gestellt, alles auf sich gezogen, alles überlebt und währenddessen wurde fleißig geschossen. Ich habe das Gefühl, die Seegarde macht da einen richtig guten Job und sie kann auch unterstützen beim Beschuss. Und dann haben wir inzwischen den einen oder anderen Drachen, der auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Und wenn die Drachen im Nahkampf umzingelt sind, treffen die Bogenschützen auch weniger die Drachen als die gegnerischen Einheiten. Und dementsprechend glaube ich, dass wir Leander hier nicht mehr brauchen. Nicht unbedingt. Was ich hier stattdessen wieder reinmache, ist natürlich unser Drachenmagier. Ähm, Vigol oder so ähnlich hieß der, glaube ich. Einfach weil der auch auf einem Drachen sitzt und thematisch gut reinpasst und Feuermagie ist eine großartige Offensive. Das passt und dann will ich eine Lebensmagierin in der Armee, um die Drachen wieder hochzuhallen. Das werden die zwei Helden bei Imrik. Welche Einheit ich dafür rauskegeln, weiß ich noch nicht. Aber da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Das bedeutet, wenn Leander wieder verfügbar wird, schicken wir den, denke ich, in die Armee von Eermitir. Seine Armee hat bisher noch keine Drachen oder irgendwas. Der Fürst macht einen guten Job, die Sachen aufzuhalten. Leander hat den gleichen Job. Wir haben relativ viele Truppen. Ähm, wenn das ja die Schlachtlinie ist, dann ist es okay, wenn Leander und Eermitir vorne stehen und die ganze Sache ein bisschen auf sich ziehen, während von hinten beschossen wird. Außerdem möchte ich in der Armee noch ein paar neue Sachen testen. Es gibt mit dem letzten DLC ja auch noch einige neue Einheiten, wie zum Beispiel, ähm, einfach Weiße Löwen. Damit meine ich jetzt nicht die axtschwingenden Elfen, sondern tatsächlich Weiße Löwen auf vier Beinen mit Mähne und richtig fies Klauen und Zähne. Könnten wir hier einsetzen. Das wäre ein schöner Kavallerieersatz, würde ich sagen. Es gibt auch noch Weiße Löwenstreitwägen und so ein Zeug. Da könnten wir ein bisschen experimentieren in der Armee. Mal gucken, oder? Wir experimentieren in Rhodias Armee damit. Und wenn die Truppen sich bewähren, dann kommen sie hier rüber. Aber mal gucken. Ich meine, ich habe wahnsinnig effiziente Truppen mit den Schwestern, mit den Sperrschleudern und so. Das ist alles getestetes Zeug. Aber es ist halt altbewährt. Das heißt aber auch wenig spannend. Könnte man ja ein paar neue Sachen ausprobieren. Bei Gelegenheit. So, Silberpfeile rüsten wir nochmal ein bisschen auf und dann ist das Geld schon wieder futsch. Irgendwie habe ich einen riesen Respekt vor dem Angriff. Ich meine, ich habe in der Vergangenheit Karak-Acht-Gipfel schon häufiger angegriffen. Und so wirklich leicht war das nie. Auf der anderen Seite stehen wir dann kurz vor einem Todesstoß gegenüber den aufständischen Gitzen. Wenn Karak-Acht-Gipfel fällt, Rhodias in Reichweite der Bitterspitze, dann bleibt nur noch drin Gorakatz. Meine Güte. Wäre schon nicht schlecht. Außerdem, dann habe ich eine Sorge weniger hier im Bereich. Was soll's. Ziehen wir es durch. Das wird eine harte Schlacht, aber... Mit ein wenig Glück... Das könnten wir sogar simulieren. Und möglicherweise... Möglicherweise würden ein paar Truppen überleben. Kann ich hier Blitzschlag? Probier ich aus. Dann kommen die Truppen vielleicht auch erst als Verstärkung. Oder die. Mal gucken. Einen Unterschied wird's schon machen. Willkommen in der nebligen Schlacht. Wir kämpfen gegen... Karak-Acht-Gipfel. Und wir haben es direkt mit einem kleinen Bug zu tun. Die Artillerie soll die Türme beschießen. Und... Ich würde sagen, da herrscht ganz klar eine Sichtlinie. Die haben sich nur irgendwie in den Kopf gesetzt, nach vorne zu laufen in den Nahkampf. Das wird ein bisschen hässlich, bis ich die überrede, dazu, dass die irgendwann stehen bleiben und tatsächlich schießen. Und ja, da Imrik größtenteils unsichtbar ist, wollen die Türme irgendwie nicht so wirklich auf ihn schießen. Wenn er zu weit weg ist von den Türmen, ist er unsichtbar, dann können die Türme nicht auf ihn schießen. Und wenn er zu nah dran ist, dann ist er einfach nicht mehr im Schussfeld der Türme. Also läuft das nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Ich kann den Beschuss der Türme nicht auf Imrik ziehen. Da wäre jemand wie Leander wirklich nützlich. Die Idee war, die Truppen, die hier den Turm bemannen oder begobbonen oder was auch immer, mit Drachenhauch einfach dazu zu bringen, wegzurennen. Aber es hat zwei Nachteile. Erstens, der nächste Trupp kommt sofort wieder. Immerhin, der Beschuss beginnt. Das ist schon mal was. Ja, es wird sofort ein anderer Trupp hingestellt und so viele Drachenhauchangriffe habe ich einfach nicht. Und zweitens, der Goblin Garkus reicht schon aus. Und den kriege ich wirklich schlecht weg. Ich probiere es hier nochmal mit einem Bombardement von Imrik. Aber selbst das ist vernachlässigbarer Schaden. Und moralisch interessiert es den überhaupt nicht. Dementsprechend... Ja, ich kann die Truppen schon mal ein bisschen schwächen. Lange wird es der Turm jetzt sowieso nicht mehr machen. Der Turm ist überhaupt nicht bemannt. Aber wenn die Alterleri den Turm erledigt hat, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis der Turm hier drankommt. Ansonsten, ihr seht, die haben sich überall verteilt und das sind höllenviele Trupps. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Wird eine Weile dauern. Das Wichtigste erstmal, diese zwei Türme an der Ecke ausschalten. Damit unsere Fernkämpfer und die Drachen ungestört arbeiten können. Und dann nutzen wir natürlich wieder Angriffe aus verschiedenen Winkeln, um mit den Truppen fertig zu werden. So, der erste Turm ist down. Der zweite folgt bald. Und die Drachen bringen sich schon mal in Position. Hier gibt es keine Gefahr. Der Turm ist gar nicht bemannt. Der wird nicht schießen. Ich mache nur kaputt, weil früher oder später werden sich hier Grünhäute reinbewegen. Und dann fängt der Turm an. Und das wäre hässlich. Unsere Fernkämpfer werden sich bald in Bewegung setzen. Ich glaube, die Sehgarde kommt als erstes hier in den Bereich. Einfach, um auf diese Truppen hier zu reagieren. Ansonsten sind die Drachen jetzt der Reihe nach dran, hier rein zu hauchen. Und ihr seht, jeder Drachenhauch macht enorm viel Schaden. Wir haben hier inzwischen fünf Drachen. Jeder hat einen richtig starken Hauch. Gut, der Sonnendrach hat den schwächsten. Aber auch der reicht aus gegen Goblins. Inzwischen ist der Turm bemannt. Da haben sich Grünhäute in die Nähe bewegt. Ein Grund mehr, warum wir den Turm möglichst schnell ausschalten sollten. Schon passiert. Wenig Schaden genommen dadurch. So, erster Nahkampfangriff. Da die Drachen auf die Mauern können. Und im Moment relativ wenig los ist auf den Mauern. Habe ich mir gedacht, schicke ich die alle mal in den Nahkampf. Dann zerpflücken wir hier einen Trupp so richtig. Das bewirkt natürlich eine Menge Grünhäute auf die Mauern. Und dann ziehen wir die Drachen zurück. Und wenn die Grünhäute wieder in die Ecke kommen, geht es wieder weiter mit Hauchangriffen. Ein relativ einfaches Zeug. Imrik war, glaube ich, schon angeschlagen zu Beginn der Schlacht. Und so wahnsinnig viel hat er gar nicht klassiert hier. Womit haben wir es hier zu tun? Das ist ein Bark-Boss. Und hier drüben... Wow. Ich bin erschüttert. Hier drüben kommt ein Schamane. Und der ist ein bisschen hässlich, der Orks-Schamane. Großer Wagn. Und der hat große Freude daran, Trupps zu sprengen. Was ich gar nicht lustig finde. So, da geht es schon los. Hauptziel ist dieser Trupp. Einfach, weil die keine Deckung haben gegen unsere Fernkämpfer. Das läuft alles. Der Orks-Schamane ist schon wieder auf den Mauern. Und wird sich wahrscheinlich gleich wieder bemühen, uns das Leben zur Hölle zu machen. Hier drüben sehen wir es wieder. Und das ist einfach eine Sache. Das muss nicht sein, finde ich. Leider sehe ich das zu spät, dass da ein Orks-Schamane ist. Ich denke die ganze Zeit, dass der Kommandant der Verteidigung kein Bark-Boss ist, sondern tatsächlich der Zauberer. Trotzdem, Imrik, den einsamen Held, den kann man ja im Nahkampf mal kurz machen. Wenn ich gewusst hätte, dass das der Schamane ist, hätte ich mehr Drachen draufgeschickt, damit er schneller umfällt. Das Schreckgeloft hat Spaß mit Goblin-Bogenschützen. Die haben eher wenig Spaß dran. Die rennen auch sofort wieder weg. Das Schöne an den Bogenschützen ist, dass die über die Mauer feuern können in den Hof. Da haben die Orks einfach nichts zu machen gegen. Mit Zwergen oder Imperium, wenn man Musketenschützen hat, die könnten sowas gar nicht. Die schießen sehr flach. Die kommen nicht über die Mauer. Aber ihr merkt schon, dass hier drüben ist jetzt ein richtiger Hexenkessel. Die Orks werden beschossen von allen Seiten. Die Ork-Fernkämpfer gehe ich ziemlich gezielt an mit den Drachen. Alles, was sich auf den Mauern befindet, wird auch mal gelegentlich im Nahkampf angegriffen. Der Goblin-Wolz-Streitwagen hat relativ wenig Reichweite. Der kann fast niemandem wirklich gefährlich werden. Ihr seht, die schießen fast gar nicht auf die Drachen, weil die schon zu weit weg sind. Und der Wolf-Streitwagen ist nah genug dran. Und hier drüben die Nachtgoblin-Bogenschützen stehen einfach zu weit weg. Alles, was in die Nähe kommt, wird von den Drachen gekillt. Alles, was hier unten bleibt, wird von den Burgenschützen gekillt. Und auf die Art, ja, ist auch so eine Hauptstadt relativ leicht zu knacken. Was jetzt natürlich noch fehlt zu meinem Glück, ist ein Lebensmagier. Wenn die Drachen so auf einem Fleck sind, wir könnten diesen hier als Ziel wählen und alle im Umkreis werden auch geheilt. Und dann werden die Drachen hier sofort wieder auf Maximum live. Und das wäre natürlich absolut traumhaft. Dann wird die Armee ein klein wenig lächerlich. Also noch lächerlicher als jetzt schon. Mit den Schwarzochs möchte ich eigentlich nicht wirklich in den Nahkampf. Einfache Lösung. Wir benutzen Drachenhauchangriffe. Ihr seht, die Truppen sind alle schon ein bisschen angeschlagen. Zum Glück verteilt der Schamane die Liebe ein bisschen und zaubert jeden Trupp einmal an. Ihr seht auch, dass da nicht wirklich viele Verluste entstanden sind. Ja, der Trupp hat Körperkraft verloren, aber das verteilt sich gleichmäßig auf die einzelnen Leute. Wir haben in der Formation noch niemanden verloren. Das passt also soweit. Wer gleich umfällt, ist der Schamane. Und da bin ich überhaupt nicht böse drüber. Und Imrik geht auch schon wieder Richtung Schamane. Und ich glaube, ja, da verschwindet der Schamane im Drachenmaul. So, der nächste Trupp. Oder die nächsten. Die nächste Einheitsschwestern ist hier. Vier Trupps bilden da eine Einheit für mich. Die lösen quasi die Seegarde ab, weil die Seegarde langsam die Munition ausgeht. Das ist jetzt quasi nur noch der Trupp, der angemessen Munition hat. Aber das lohnt sich nicht, dass der Trupp dann noch lange hier vorne bleibt. Das heißt, die Seegarde wird sich gleich zurückziehen. Und die anderen Schwestern beziehen dann hier Stellung für das übliche Kreuzfeuer. Aber ihr seht schon, die meisten Grünhaut-Trupps sind stark angeschlagen, rennen weg. Einige sind auch schon zerstört. Und alles, was hier vorne gegen die Drachen kämpft, wird einfach total zerrissen. Da kommen die nächsten Orks in den Nahkampf, oder auf die Mauer. Noch ist es kein Nahkampf. Von den Schwestern gesehen und schon geht es richtig los. Hier unten zu sein, ist glaube ich auch keine große Freude. Man sieht nur diese Drachen über der Mauer. Und jede Menge Pfeile, die reinhageln. Und wirklich machen können die Orks nichts. Puh. Naja, come on, Boys. Du glaubst ja nicht, dass das wirklich was bringt. Wie gesagt, die Schwestern bewegen sich jetzt auch schon in Position. Imrik habe ich ein bisschen rausgezogen. Der hat ja eine Fähigkeit. Da heilt er 1000 Trefferpunkte. Kann sich aber nicht bewegen. Also bewegen wir ihn vorher in Sicherheit hinter die Schwestern. Da kann er dann ein bisschen hochheilen. Und dann geht es auch schon wieder rein ins Getümmel. Auf den Mauern kämpfen die Drachen ein bisschen. Ein Drache hat einen kleinen Ausflug gemacht. Den habe ich gebeten, die Moschats anzugreifen. Wildschwannreiter. Und die sind geflohen und haben den Drachen mitgezogen. Aber als ich das sehe, sage ich ihm sofort, ziehe dich zurück. Weil im Notfall ist auch noch ein Riese in der Nähe. Die haben sehr viel Masse, die Trupps, weil die groß sind. Die können ihn lange im Nahkampf binden. Und der Riese würde den Nahkampf vielleicht sogar gewinnen. Deshalb kurz über die Mauer befehlen. Der Drache hebt dabei auf jeden Fall ab. Und dann parallel zur Mauer zurück hier vorne an die Ecke. Man hat immer wieder Gelegenheit, die Drachen mal rauszuziehen, dass die zu Atem kommen können. Optimal wäre es, wenn ein Lebensmarker die dann wieder hochheilen kann. Dann könnte man die hier vor der Mauer alle auf einem Fleck versammeln, alle hochheilen. Und dann wieder reingehen. Ihr seht, die Orks haben immer noch wahnsinnig viele Truppen. Aber die meisten sind inzwischen so gut wie erledigt. Sowohl moralisch als auch körperkraftmäßig. Alles, was in die Nähe kommt, wird von den Schwestern und von den Drachen massakriert. Und ansonsten laufen die immer wieder weg, sammeln sich, kommen wieder her. So wie hier, frische Truppen sind inzwischen eher selten. Und ich glaube, wenn ein Trupp dreimal flüchtet, kann er sich nicht mehr sammeln. Dann ist es vorbei. Aber bei drei bin ich mir da nicht sicher. Es könnte auch sein, dass es vier ist. Also da hat man ein paar Optionen. Aber ich hatte das bei Skarven schon häufiger, dass die Skarven-Truppen immer wieder weggerannt sind. Und ab einem gewissen Punkt konnten die sich nicht mehr sammeln. Obwohl die gar keine Verluste hatten. Also die Truppen waren immer noch voll. Das mit der Moral. Es gibt Möglichkeiten, dass man Moral schwächt. Da gibt es auch Todesmagie für. Es ist ganz lustig, sowas gegen Skarven zu machen. Und wenn ein Trupp flüchtet, die umstehenden Trupps kriegen dann auch moralische Schäden. Der hier hat zum Beispiel gerade überhaupt keinen Schaden erlitten. Der hier vorne ist moralisch zusammengebrochen. Die sind zerstört. Und die haben jetzt auch schon quasi keine Lust mehr. Und rennen auch weg. Obwohl die selber eigentlich nicht wirklich ihr Ziel waren. Die haben vielleicht den einen oder anderen Pfeil abgekriegt. Aber in der Nähe stehen von Leuten, die Panik kriegen. Reicht schon, um selbst Panik zu erleiden. Ihr seht, die meisten rennen schon weg. Was bedeutet, wir müssen die Schwestern demnächst ein bisschen aufrücken lassen. Und vielleicht mit den Drachen ein bisschen hinterher. So ein paar wichtige Ziele hätte ich noch ganz gern ausgeschaltet. Wie zum Beispiel den Riesen. Und hier drüben sind noch ein paar Trupps, die flüchten. Den Marktplatz will ich gar nicht angreifen. Ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Das sind vier Trupps. Dreieinhalb. Und wenn man bedenkt, was hier schon alles flüchtet. Und sich auch nicht mehr sammeln wird. Werden die es auch nicht mehr lange machen. Ihr seht hier oben bei der Balance. Die halten auch nicht mehr so lange durch. Hier drüben ist der Riese unterwegs. Ich will nicht wirklich mit zwei Drachen gegen einen Riesen kämpfen. Ich wollte hier noch ein paar Truppen verfolgen. Dass die möglichst ausgelöscht werden. Aber so wichtig ist das nicht. Die werden sich nicht mehr sammeln. Das ist eine Belagerung. Das wird alles ausgelöscht. Die verlieren die Schlacht. Da muss ich nicht übermäßigen Schaden bei den Drachen riskieren. Stattdessen weg vom Riesen. Hier oben gibt es noch einen Trupp, der sich möglichst nicht mehr sammeln sollte. Und hier oben gibt es noch ein paar Nachtgoblins. Um die könnte man sich auch kümmern. Und ihr seht, die haben überhaupt... Die wurden gar nicht angegriffen oder irgendwas. Und die sind jetzt eigentlich schon kurz davor, auch wegzurennen. Einfach nur, weil die Drachen in der Nähe sind. Die verursachen Angst und Entsetzen. Und andere Trupps sind an denen vorbeigeflohen. Das reicht schon eigentlich. Die Fanatics sind zu weit weg. Die sind quasi hinter Imrik. Die werden nicht mehr viel machen. Und jetzt ist der Trupp schon im Nahkampf. Der Riese wird demnächst vielleicht noch ein kleines Problem. Hier ist der Turm inzwischen von irgendwas besetzt. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das noch eine Sache ist. Weil unser Drache ist eigentlich hier. Ich sehe keine Orks oder Goblins, die das besetzt halten. Ich schätze, das liegt an den Ork-Morschatz irgendwie. Dass die Trupps inzwischen auseinandergezogen sind. Aber die Schwestern sind inzwischen durch. Da sollte nicht viel passieren. Die haben nicht mehr viel Munition, aber es reicht, um den Riesen ein bisschen zu schwächen. Und ansonsten haben wir drei Drachen in der Nähe. Sobald die Drachen hiermit fertig sind, sollte das dann auch helfen hier gegen den Riesen. Der ist hier gelandet wegen diesen Trupps. Die gehören alle noch zu den Ork-Morschatz. Wie gesagt, die Trupps sind inzwischen arg aufgesplittet. Und da die Schwestern gerade dem Riesen enorm helfen, dachte ich mir, das ist nur recht und billig, wenn ich die anderen Drachen auch noch mit reinpacke. So, Munition wird schon aufgebraucht. Viel haben die Schwestern ohnehin nicht mehr. Imrik hier drüben ist fertig und die restlichen Orks brechen zusammen. Die Schlacht ist gewonnen. Yay! Schamanen sind das einzig Gefährliche bei Belagerungen. Und Drachen sind vielleicht einen ganz kleinen Tacken zu stark. Aber ansonsten lief das gar nicht so schlecht. Für uns. Für die Grünen heute nicht so sehr. 37 Verluste, hauptsächlich durch Schamanenfähigkeiten, die in die Seegarde gerasselt sein sollten. Okay. Viel Schaden angerichtet, wenig Leute ausgestalten, so wie es aussieht. So, Ausrauben gibt eine Menge Geld, aber ich werde plündern und besetzen. Es gibt angemessen Geld und heilt uns noch ein bisschen, dann haben wir das Ding auch und ich muss die Schlacht nicht nochmal spielen. Feine Sache das. Dann läuft das schon mal nicht so schlecht gegen die aufständischen Gitze. Minus 30 verschwindet nächste Runde. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir da noch ein bisschen die Moral aufrechterhalten. Und Moral aufrechterhalten macht man am besten, indem man Dinge repariert. Ansonsten schauen wir mal kurz in die Übersicht. Ähm, hier könnten wir Koppelweiden errichten. 30 Wachstum ist eine tolle Sache. Rekrutierungskosten für Grenzreiter und Silberhelme. Hm. Da sind nicht mal Drachenprinzen dabei. Und da wir nicht mit Kavallerie spielen, macht es hier wenig Sinn. Das bedeutet auch, wir können den Hubschmied loswählen. Wupp, wupp. Halt! Nicht reparieren. Ja, abreißen. Das Abreißen des einen Gebäudes hat die Reparatur des anderen finanziert. Feine Sache. Das hier gibt Geld. Das reparieren wir gleich. Dann sind wir hier schon relativ weit, was den Asurian-Baum angeht. Ich muss gestehen, beim Arkadenphönix bin ich ein bisschen neugierig. Und ja, den Hain können wir, denke ich... Ne, da können wir Kriegslöwen rekrutieren. Die wollte ich ja mal testen. Das heißt, hier behalten wir den Hain. Vorerst. Das läuft. Und dann könnten wir hier eigentlich noch Elfengärten errichten. Einfach nur weil halt. Und dann sind wir mit K8-Gipfel vorerst fertig. Ja, Imrik. Und da könnten wir... Ein bisschen die Richtung hier. So. Waffenstärke 3% ist zu wenig. 15% beim Kampf gegen Grünhäute, Skarven, Dunkle, Elfen, Chaoskrieger, Norsk und Tiermenschen. Also die ganze dunkle Palette, abgesehen von Vampiren, aber mit denen wollte ich mich sowieso nicht anlegen. Gegen Grünhäute werden wir noch ne Weile kämpfen. Also Wermut der Zeitalter Stufe 2 vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mein, 15% von über 800 ist einfach viel Zeug. Das darf man nicht so ganz vergessen. Im Süden haben wir noch Clan Mors. Chaoskrieger werden sowieso früher oder später auftauchen. Gelegentlich auch Martiermenschen. Hauptsächlich geht's um die Grünhäute und das wird noch ne Weile dauern, bis wir die kaputt haben. Aufständische Armeen werden auch Grünhäute sein. Sie ist... Immer noch Level 11. Passt. Er ist nächste Runde fertig mit Rekrutieren. Okay. Dann sieht es hier schon mal wieder gar nicht so schlecht aus, den Karak-8-Gipfel. Dann können wir uns mit Imrik auf den Weg in den Süden machen. Da haben wir hier unten ein bisschen aufzuräumen. Herodir kann nächste Runde die Bitterspitze erledigen. Wenn alles nach Plan läuft. Katz werden wir verlieren. Ich kürze es jetzt einfach ab, weil der ganze Name ist ja lächerlich. Technologie stehlen, das ist okay. Das schadet uns nicht wirklich und die Orkse können ein bisschen schneller erforschen, aber... Nee. Oh! Der Rudi hat jemanden im Wegenetz abgefangen. Das könnte... hässlich werden. Hauptsächlich wegen den ganzen... Viechern hier. Seine Armee ist halt wirklich nicht dazu gedacht, um gegen andere Armeen zu kämpfen. Auch wenn die Armeen technisch gesehen gleich stark sind. Ich glaube, das wäre eine schöne Schlacht für die nächste Episode. Sorry für den Cliffhanger, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Ja, das machen wir in der nächsten. Bis dahin dann. Macht's gut, adios und steif. Ciao, Freunde. Junior. Hallo. da ganz prochain Zone.